Herzlich Willkommen! Ich bin wieder mal am Weg. Es ist die zweite Wirrenwegtour bei herausforderndem Wetter. Es ist schön warm, ein bisschen geht der Wind, das passt schon. Wir gehen heute zuerst über den Wienfluss Richtung Hallersdorf und schauen uns dann das Schloss Laudern an und die Laudern-Krabmäler. Tja, und heute ist das Pilger-Dream-Team vereint und wir werden heute schon mal trainieren für Marietze. So, jetzt sind wir mal alleine und wir werden schauen, wo wir heute da gehen. So schaut es aus, aber jetzt gehen wir mal los. So, unsere Wiedersehen. So, jetzt müssen wir mal etwas zuerst sehen. So, jetzt gehen wir mal einen Blick, ein bisschen Rezept zuerst. So, jetzt geht es ganz schön. So, jetzt geht es noch was, wenn wir uns angreifen, ein bisschen zuerst erinnern. So, ihr könntest uns die Saatchers machen. So, dann schauen wir mal die Saatchersen & die Saatchers ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.